Der Boxsport trauert um Manfred Wolk. Der erfolgreiche Trainer starb im Alter von 81 Jahren. Er war einer der bedeutendsten Champions der goldenen Ära des deutschen Boxsports. Manfred Wolk hinterlässt seine Frau Brigitte und drei Kinder. Manfred Wolk wurde 1943 in Babelsberg geboren. Als Jüngster von zehn Geschwistern wuchs er ohne Vater auf. Seine sportliche Leidenschaft begann nicht mit den Fäusten, sondern auf dem Feld. Als Jugendlicher probierte er es im Fußball, bevor er mit dem Boxen begann. Berufswechsel mit entsprechendem Erfolg Von 1967 bis 1971 war er Meister der Deutschen Demokratischen Republik und wurde 1967 und 1971 Vizemeister. 1968 krönte Manfred Wolk seine Amateurkarriere mit einer olympischen Goldmedaille. Bei den olympischen Spielen 1972 in München war er Fahnenträger der DDR-Delegation bei der Eröffnungsfeier. Kurz darauf beendete Manfred Wolk seine aktive Boxkarriere. Bilanz 258 Kämpfe 236 Siege Auch nach seiner Boxkarriere ist Manfred Wolke auf der Erfolgsleiter nicht abgestiegen. Als Trainer trainierte Manfred Wolke so große Sportler wie die Brüder Thorsten und Rüdiger May sowie Rudi Fink. Ich glaube an meine eigene Vision, dass er als Sportler und Trainer Olympiasieger im Boxen wurde und der Pate des Boxbooms in den 1990er Jahren ist. Manfred Wolke hat nicht nur 1968 selbst als Boxer die olympischen Spiele gewonnen. Sondern als Trainer von Henry Maske und Axel Schulz das Profiboxen im Vereinigten Deutschland auf ein ganz neues Niveau gebracht. Mit seiner Maske löste Wolke nach dem Fall der Mauer einen Boom im Boxen in Deutschland aus. Trotz heftiger Widerstände holte er auch den Schwergewichtler Axel Schulz, den er in seiner Amateurzeit ebenfalls trainierte, ins Profilager. Wolke trainierte später auch Profis. Manfred Wolke ist eine Legende für immer. Seine Erfolge waren extrem wichtig. Und das nicht nur für Ostdeutschland. Er und Henry Maske haben mehr für die gefühlte Einheit getan als die meisten anderen. Das stimmt. Das stimmt. Vielen Dank.